Frank Lubecke aus Berlin Petra Schob aus Neumühle Leon Kuhn aus Berlin Robert Schmidt im Ziel Olaf Müller aus Ludwig's Los Harry Hartel im Ziel Elke Meier im Ziel Stefan Möhrle aus Brombo Stellverträgen dafür Stefanie Wiesner Herzlichen Glückwunsch an euch alle Tolle Leistung von euch hier Christine Schulz Bei dem zweiten Zebe Heidi Schnee Paulin Schuh Christine Zillermann Joachim Rumme aus Ludwig's Los Frank Zungro Proge aus Hamburg So die nächsten jetzt hier Helga Pille sind aus Halberstadt Bei ihrem 8 gelaufen Kuhn und Ahlens aus Wildstedt Tagmar Rückschneider im Ziel Ellen Hälte Herzlichen Glückwunsch an euch alle Stefan Steinfurt Martin Dannebauer Glückwunsch an Sabine Vogel aus Hamburg Tatjana Elke aus Kleinrogan Tatjana Elke aus Kleinrogan Thomas Hedding aus Gottesgabend Birgit Zurel aus Lützow bei dem siebten Lauf hier Hugo Tubbing aus Strahlendorf Glückwunsch an Katrin Peterreich aus Pinno Katrin Mulock Paulock Hans Tomplut aus Pinno Und die nächste hier Rita Wickelberg aus Ölze Marion Grünock 5.306 Cornelia Hahn aus Platte Dissing Grünwald aus Pachin 5.306 Und der nächste läuft Friedrich Randol aus Rostock Cornelia Löschner im Ziel Lasst mich nach mit dem Beifall Sie haben es alle verdient Cornelia Fürth aus Altsam Wunsch Arno Südemann bei seinem vierten Zehnten Volker Seehase im Ziel Das 15. November der Zehn Kerstin Grunz bei ihrem dritten Zehner Götze Peters, freie Handelstadt Hamburg Nicole Reich aus Domsül Mike Heffert aus Schwanerweg, Schleswig-Holstein Julia Grip aus Halstenbeck Kista Lemke aus Holzhusen Glückwunsch an der Galle An Wagenlos Möller Keine Beiergericht Janke Schneider aus Deutsch-Dreelitz Fattina Lorenz aus Biederitz Herzlichen Anhalt Zweite Mal über zehn Hans-Jürgen Offenbord aus Berlin Glückwunsch an Anni Müller Und Beifall für alle hier Für Südhoch Sitzke aus Hamburg Und jetzt noch Brady Velle für alle hier Fünf, vier, drei, zwei, eins Wolfgang Hochgabe Wolfgang Schleichert aus Magdeburg Katrin Lindenberg Bei dem zweiten Zehntel Petra Daumann, vierte Mal über zehn Kilometer am Start Dorothea Gerke Dietmar Paulus, fünfte Mal über zehn Mal Steinhardt, das zweite Mal über zehn, dreimal 15 Mitmann Schwenke aus Greifswald Gabriel ist da, das zweite Mal über zehn Katrin Breuer aus Nordrhein-Westfalen 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 5, 2, 4, 4, 4 Elke Krause, Dieter Kuppa jetzt im Ziel 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 5, 0, 0 Silvia Kuppa haben auch gesehen 5, 2, 3, 3 4, 8, 8, 3 Daniel Junkers im Ziel Und jetzt zunächst Traum hier, Claude Hämmer Jawohl, stark vertreten hier 8, 8, 8 4, 0, 0, 6 Peter Klein, wenn es über den Ziel steht Anja Lust aus München Wir grüßen Bayern Wir grüßen den Freistaat Bayern Wir grüßen Ulrike Kurs aus Heideberg Coe Helbig aus Künno Reiner Sattler 5, 9, 1 Gabriele Caletti Gabriele, das fünfte Mal hier dabei Über zehn Kollegen Willem Ewing aus Berlin Herzlichen Glückwunsch 5, 1, 5, 7 Und die nächste, das ist Edelfraut Mayer aus Rammsteinfeld Bei den Zehnen aus Yvonne Gießbein aus Rettendorf Glückwunsch an Jürgen Unger aus Pingelshagen Bei seinem Neunten hier So, jetzt kommen die Substehner gleich Aber erstmal noch Michael Hartwig aus Dragoon Sein Zehnter hier heute Sein Zehnter Zehnter Michaela Vogt geht hier als nächste Frau In Ziel Mieselotte Thomas aus Rheinberg 5, 7, 2, 7 Die nächste Frau Liesel Engel aus Stembal 5, 0, 8, 7 Glückwunsch an euch allen hier 5, 8, 8, 8, 8, 9 Hervorragend, was die Frauen hier reißen Sabina Japs geht ins Ziel Waltrausch Garnitz geht ins Ziel Sabine Frank 1, 2, 1, 2 Norbert Vogel 1, 0, 1, 2 Jawohl Thorsten Pregel Pilgrim, Herzen mit geschossen Vanessa Lupe, 8 Jahre alt Christina Burek aus Rennau 5, 2, 1, 2 9, 6, 10 Berlin Bügel Aus Rheinberg Glückwunsch an euch alle Wolfgang Lütz im Ziel Marion Paul aus Hamburg im Ziel Wir haben es alle geschafft Thomas Haagermann im Ziel 5, 7, 3, 4 Eckhardt Schulze aus Machtgeburt Das 4. Mario Zehnter 9, 4, 2, 1, 2 Janzen Walther Janssen Walther Janssen Walther Janssen jetzt kommt die Güst jetzt kommt die Güst Wir suchen Rhythmusstaben jetzt kommt die Güst hier jetzt hier an vorderlich Norbert Lütke 9, 3, 8 4, 3, 8 10, 10, 10 CK Beling aus Ganzbuch 4, 1, 3, 0 Sabine Wande 5, 3, 9 Torent Sandgren aus Kiel 5, 4, 8, 5 4, 8, 5 4, 7, 2, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Und zwar ist das Hans-Rendbüch, Klaus-Peterbüch, Hans-Rendbüch und Dieterbüch. Hans-Rendbüch und Dieterbüch, die hier in der Ostsee noch sehen. Herzlichen Glückwunsch an euch, 25 Jahre 15, heiß auch 25 Jahre Familie Büch. Und bei der gilt es jetzt hier Katja Dröcker über den Zielstreck, Sieg für Kuduben aus Traum, Herzlichen Glückwunsch an Jürgen Reintreff und jetzt glaube ich die Nächsten, die 15er, glaube ich, kommt. Wir haben gereicht, aber jetzt nochmal Daniel Bohmig, der auf Siedersachsen mit der Habenkost, Gesine Nubel und die nächste Frau, nein, das ist für die Gütte. So, jetzt ist der 15er, jetzt müssen wir aufpassen, aber wir entdecken nochmal ein 10er. Und es dauert noch eine Weile, Petra wird hier aufpassen, dass der erste 15er da unten nicht mit den Lappen gehen wird. Magda Ritsche aus Groß-Humlauch, Roland Guttel bei seinen dritten 10er-Jährigen, Glückwunsch an Jürgen Ringolin aus Wismar, Stefanie Elders im Ziel, Ines Adler, Der erste 15er, der erste 15er ist hier, die Beital völten, der ist Priefer aus Lübeck, der erste 15er geht hier, Der erste 15er geht hier, das ist hier, das ist Priefer aus Lübeck. Vielen Dank.